jo leute und willkommen zurück zu smx kuba island hier am wochenende mal wieder und man sieht es schon ich hab scheiße gemacht große scheiße darf ich vorstellen ziegelsteins nervenversicherung ja ich hab's euch gesagt wenn der one update weg ist ich will meine one ups haben ich will dieses spiel etwas gechillter angehen als letztes mal ich hoffe das könnt ihr mir verzeihen ich werde trotzdem wahrscheinlich zu oft ausrasten aber ich will wenigstens meine checkpoints verhalten deshalb habe ich jetzt diesen kranken scheiße kreiert setzt euch einfach an ja auch das laden fragt mich nicht warum er mit dem scheiß ich will ich bin dann fertig hier ja das ist das was ich so gemacht habe zwei minuten gedauert so jetzt wo ich 90 leben habe bin ich fit das hier anzugehen ja leute in diesem plat machen wir eins ab es ist jetzt hat 9 ich werde bis dort hat man halb 7 idiot 18 30 ich habe bis 19 30 also bis halb blablabla 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 machen also eine stunde ungefähr drei viertel je nachdem bis mir langweilig wird bis mir nichts mehr an für was ich sagen soll oder bis mir wieder schlecht wird es war ja letztes mal der tolle voll und wie immer weil ja wir vielleicht schon im letzten paar bemerkt hat haben die zwei spaßten aus meiner schule bemerkt was ich hier mache ja sie haben wiedergefunden ich hatte den neuen idiot zwar skype geblockt aber irgendwie konnte er mich immer noch sehen also begrüße ich vor allem dich noch mal alex kleines mieses arschloch ja leute ich werde das jetzt in fast jedem part machen bisher ist ihm irgendwann auffällt ach ja kleiner pisser du okay leute wir wollen jetzt dieses spiel hier spielen und ja unser wochenendprojekt genießen ich hab den pilz vergessen oder ich hab meine ähm ne ne was hab ich jetzt gemacht hä ich hab scheiße gebaut achso ja wieso kann ich mich hier an nicht erinnern hä wieso kann ich mich an die stelle gar nicht erinnern wo ich muss das spiel wirklich lange nicht gespielt haben und ich habe wieder die geschlossene nase wie ich das liebe wie sich das nachher anhört das ist so richtig geil manchmal wünsche das gäbe es jetzt im spiel damit das am anfang setzen kann dann einfach f1 damit das etwas schneller geht mit diesem rausgebrochen werden drücken wieder da sein ist manchmal etwas lästig nachher aber das lied ist immer noch geiles erinnert mich immer noch dass eine video aber ich habe das jetzt schon so oft erwähnt ich lass das mal wenn ihr wisst was das video gemeint ist könnte es ja in die kommentare schreiben ich habe gedrückt wo ich bin total eingerostet in dem spiel total eingerostet und wieso kommt man im hintergrund jetzt für eine millise konnte mein skype sehen naja ja immer wieder kurz kann man skype sehen fragt mich nicht darum ja ich habe auch schon bemerkt falls sich jetzt einige fragen du hast oben den pilz du hast die ganzen pilz oben den will ich behalten wenn man mal einen pilz oben hat ist es schwer wieder einen hochzukriegen in diesem level das ist wohl die witzige anspielen jetzt nein aber im ernst wenn man hier mal etwas auf reserve hat sollte man sich das schon behalten und das mache ich auch bis ich das nächste power-up kriege von hier aus ist es eine kleine zeit lang wenn eine kleine zeit lang meine ich es dort tatsächlich verdammt lange bis wieder ein power-up kommt schießt ach ja den unteren weg da muss ich den ganzen weg bis nach hinten freiburg nur wenn ich das bis geschafft habe da kommt schon eine stelle wo ich so kranken sprung machen das werde ich nicht schaffen deshalb mache ich die stelle nicht dann wisst ihr das auch ich kann sie wenn ich noch mal sterbe kurz zeigen und wisst ihr was gemeint ist aber das ist eine stelle die schaffe ich nicht so hinten ist ein secret oder war das hier kann ich euch kurz zeigen so ihr da ist ein bonner eigentlich komplett unnötig da ich jetzt mein tolles level habe da ich dann nämlich hier so ganz dumm wieder zurückspringen muss aber jetzt zeige ich euch noch was keine ahnung wie das zustande kommt ich dachte damals das sein secret guck mal da oben ist jetzt so ein schalter aus er mache die partner sind aus der wüste aber jetzt wieder eine münze draus ich frage mich was das früher war ich habe mich das erst kann man die kommentare schreibt was das für ein blog ist in denen sich die münze versammelt versammelt verwandelt es muss ja auch so ein spezieller block sein und das hier ist ja also wenn du irgendwann mal vorst noch eine vereinfachte vereinfachte version zu machen dann mache ich die feuer speuer weg da hast du hier die vereinfachte version von der bitte die feuer speuer sind das nervige hier sonst geht es hier so und hier ist das nächste power up wenn ich es denn erreiche so hier nämlich genau die feuer speuer hier sind echt richtig lästig und das hier ist ein hart gut level hier wird nichts verändert bis jetzt bis jetzt aber es ist ja auch ein a level da kann man es minimal verstehen wenn ja hier nichts ändert ich meine a level sind was besonderes und sind logischerweise ein bisschen das war meine eigene schuld jetzt aber ich will mal wissen was hier oben ist so eine münze und noch eine münze so ich werde jetzt bestimmte stehen hier sterben das ist aber noch nicht mal die hälfte des levels also 1 1 1 der größten level im ganzen spiel ach ja und ich hatte hier auf der karte was vergessen denn eigentlich sollte es ein speziell weg auch ja hallo typi der gerade auf skype online gekommen ist vielen dank dass du einen besuch in meiner aufnahme machst so das hier war mein plan wie man zum luftschiff kommt aber ich habe vergessen das um zu ändern also ja mit dem one up und nehmen wir einfach mal diesen exit einfach weil ich ihn erstellt habe und den jetzt nehmen will und dann kannst du einen schluck trinken und ja ich werde diese pilz jetzt immer wohl geht sobald ich oben keinen mehr hat denn ich brauche ein reservepilz für dieses level also hier konnte ich jeder scheiß patienten da können pilz das ist so nervös da rennst du in irgendeinen scheiß ran bis sofort tot jetzt sind wir direkt vom anfang an groß leider gibt es hier keine power-up blöcke sondern die power-up sind tatsächlich alle im gras wird gras gesagt und deshalb feuerblumen und so hier kriegen kannst du vergessen das ist noch mal ein ganz böser gar nicht schnitt der typi und ich könnte ein pilz pilz du bleibst bei mir ich bin es gegen die nüll gekommen schießt so gestört so ich nehme den vermittlungssteller hinten nicht raus das böser sprung das muss man einfach so was hätten ist habt ihr schon gesehen also ich schätze ich mein arsch wegen der power auf wenn ich schon mein arsch das kinder wegen dem das ist jetzt unternehmen ich werde sterben ich werde sowas von sterben ohne pilz explodiert so kommt ich doch nicht ich glaube da kann man aber auch nicht rein oder so ich muss noch mal aufpassen wenn ich diesen sprung der versammel kann ich es vergessen das ist irgendwo ein ganz böser sprung wenn man den verkackt dann kommt man nie wieder hoch so ich glaube ja wenn man hier zwischendrin runter fällt dann bist du tot was vergessen dort so ich weiß jetzt nicht ob hier irgendwo noch ein power versteckt ist aber ich hoffe es mal nicht so hier muss ich einfach ein bisschen warten die typen da weg das meine ich mit nervosität da ich den ganzen shit mit dem taser aufnehmen kann ich jetzt nicht auch karten scheiß drauf ich gehe jetzt mini mario rein ich habe das leben noch minimal intus früher war ich viel schlechter da drin das war mein allerersten durchspiel aber wenn ihr euch jetzt denkt der wird doch den ganzen part für das level brauchen das level ist so lang ich werde tatsächlich wahrscheinlich den ganzen part brauchen und das geilste ist ja ich muss das mal durch das leben so gut wie fast zum ende muss zweimal rennen also das was ihr bis jetzt gesehen ob das muss schon hundertprozentig zweimal machen beim allerersten durchspielen habe ich für den ersten wohnen so lange braucht aber um dann das secret exit zu nehmen ich bin im ersten versuch bis dahin gekommen also bis zum midway point und vom midway point aus ja da bin ich dann noch zweimal gestorben und dann war ich da sobald ich mich jetzt erinnern kann also ich spreche jetzt aus erinnerung ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher aber ich glaube mal dass es so war aber man bedenkt dass wir es ziehen auf dem das ist schon ganz gut was ich euch jetzt zeigen konnte also für mich das bis jetzt schon erfolg also bei den a-leveln stellt euch wahrscheinlich immer auf ganz lange parts ein und nachbild zwei wahrscheinlich jedes level einen ganzen part einnehmen oder vielleicht nicht mal ein level einen part also es kann vorkommen dass wir in einem part gar nichts schaffen das kann wirklich ich hasse diese time lags das kann auch manchmal ganz gut vorkommen wieso kann ich die typen da nicht töten noch jetzt rennen rennen jetzt muss ich mich konzentrieren weg weg so ich wollte schon fassen ganz böses wort sagen aber das werde ich nicht das wort mit haar und sohn am ende hätte ich jetzt fast ausgesprochen aber das stellen wir es mal nicht zur debatte jetzt wird ich mal hier oben das Arschlüsse ja ja wegen dieser Kugel so wir sterben du verdammter wixer du so jetzt wird es eng so den muss ich jetzt irgendwie loswerden denn der macht mir nachher sonst große probleme das ist praktisch einfach voll das ist vielleicht wieder was oben ist das lustig noch nie wird schätzt dich aus ich hab das jetzt zu gern gewusst aber egal man kann nicht alles haben kleiner Herzinfarkt ganz ruhig michael das schaust du schon das ist auch wieder ein ganz böse so so und hier es ist immer noch kein Mitway Point der kommt erst später ich glaube hier ja da ist der Mitway Point den könnte da ganz toll sehen und da müssen wir jetzt nochmal ganz rüber das ist nicht toll oh ja diese Stelle hier ganz böse so weg muss man echt aufpassen spring und den hier werde ich auf den hier so nimm schon mal mit ganz nicht böse Dinge tun mit bösen Wesen tak das war so klar das war so klein verdammte scheiße werden die passen nicht so lang wenn ich jetzt wahrscheinlich nachher in der nachbearbeitung schneiden aber bin zu voll dazu ja kann mir dafür die schuld geben ich bin zu voll dazu so jetzt habe ich die schnauze voll hier jetzt habe ich definitiv die schnauze voll jetzt habe ich definitiv die schnauze voll so komm runter du komisches ding so der bläuer wird auch nochmal sterben einfach weil er sterben soll weil er nervt ich hasse diese wieso sind die schwarzen Wesen weil er immer so voll overpowered ist ich meine die dieses ding da was zweimal schießen kann und ja irgendwie sind die schwarzen Wesen bei ihm voll die over aus bei die sowohl und dann war das so ich kann es natürlich nicht gewartet habe alles schieß du der bombe wegwerfen bei ausweichen das nehmen das ist auch vor auf nächsten feuertypi aufpassen so ein kompierer sohn aus sozialen hier feuertypi einfach nur ein bisschen konzentrieren vom bestimmten pilz bis nach hinten denn den werden wir hinten bestimmt brauchen denn wie immer werde ich da wahrscheinlich ein power up verlieren und zwar diesen schwanz köpfen dahinten die ganz böse aufstellung haben mein baum so tot ich hab mein power up noch ich bin stolz drauf bin richtig stolz drauf ich hab ein power up so das fiel ich mich ganz cool so hier ducken das fändisch geglitscht das ist ganz so cool so und tap und und so ich bin so gut ich bin so gut ich bin voll der skater und wir sind wieder oben hey das war eigentlich richtig gut gelaufen so einfach nach da springen oder nix tun die treffen sowieso nicht doch der dritte wird ein treffen aber sonst ist hier alles ganz schön so jetzt kommen diese freaks hier wieder so einfach auf sie drauf springen und dann können sie einem nichts mehr tun weil sie dann voll unter levels sind so du kommst einfach mit mir und tötest den da oder er verbündet euch und erstellt dadurch was ganz böses nein 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 ah verdammt du mieser wichser du schaffst man es mal ein power up ja der da war böse ich glaube aber den kann ich mit dem von dem hier töten wartet mal kurz leute so komm mal mit du aber ich weiß wie ich mache ich tritts das spiel jetzt aus so schießen und zweites mal das ist die böseste kombination von ihm und ich mach das hier so schieß jetzt macht er den doppelschuss so fast geschafft so er hat den doppelschuss gemacht und weg so da ist jetzt ein power up für mich das will ich haben und ich hab's so und der ist auch tot und der remix ist geil ich glaube das ist ein remix oder so ich glaube ich bin sicher ok gut so wenn der jetzt ein doppelschuss gemacht habe ich mich beeilen und geschafft so und jetzt muss ich hier mit den vögeln mitfliegen das habe ich beim ersten mal verkackt gehabt und deshalb hatte ich verkackt ok funktioniert aber ganz gut bis jetzt mal was kriege ich per minzen gezeigt wo ich runter springen soll ja das wäre dann hier und da ist der mit point thanks god scheint das wird wir doch noch was schaffen in dem part wir haben einen pilz auf reserve und ein mit way point willkommen zum zweiten teil dem castle ja das ding hier an kasse mit wem erinnere ich mich und hier oben ist das secret da muss man jetzt einfach alle dinge aktiviert das wenn ich mich erinnere ich habe ein pilz auf reserve und der bleibt auch oben da ich immer ein pilz am anfang kriegt soweit ich mich jetzt erinnere hoffe ich naja 20 minuten nehmen wir auf das ist eigentlich eine ganz passable zeit ja ich denke wenn ich das ding in 30 minuten schafft dann lade ich das als 1a hoch oder wenn ich noch bock habe nehme ich doch das schloss auf im moment läuft es irgendwie irgendwie habe ich gerade einen guten lauf naja und naja secret so versuche ich mal so ja so ok nein und den hier nein 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 achso ich muss groß sein fuck fuck it und ich habe gerade mal einen pilz runter geworfen fuck it ich muss groß sein ok verstanden ok ok so geht dieses secret ok 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 ich hab's verstanden leute also pilz nehmen und groß bleiben sonst kann ich mich direkt umbringen so groß bin ich noch der sagt einfach durchroschen nicht treffen lassen ja sterne und weg hier weg hier weg hier weg hier wir haben unseren ersten stern leute und direkt auf dem großen teil nein ich muss euch den teil trotzdem zeigen hier werden wir eigentlich die andere röhre raus gekommen das muss ich jetzt trotzdem machen weil ich gefällt habe ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig so 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 jetzt war es so so er da bollert jetzt ist es einfach weil er schlechte laune hat und niemand die lieb hat ich kann power mehr habe was nicht gerade viel besser ist weil ich gerade scheiße gebaut habe okay der ist wenigstens tut so das ist nicht besser so hier ist sicherheit hier nehme ich mal ein schüttchen mit so spring okay das war knapp spring so dass wir geschafft ich nehme jetzt den schnellen rückweg so jetzt über mit den vögeln ich habe den vogel verpasst fuck das da war ein troll das da war richtig trolling richtig professionelles trolling ich habe den stern der ist gespeichert das ist auch gut so so dass die krechse schneller geht mache ich den holz also secret secret exit sternex hin und so wenn man kann jetzt die krechse hier nehmen wenn man den stern gefunden hat also muss man doppelt gut sein so und einfach so ich finde das ist die schnellste methode jetzt sofort wieder hier clever oder ich habe mein gehirn benutzt dafür das ist so ein ganz tolles gerät was mein körper erfunden hat letztlich wirklich gehirn das ist ein ganz cooler name so komisches ding was im kopf lebt so kommt raus so hier kann ich stehen bleiben passiert nichts und ich habe sogar nebenbei noch die freund angesammelt das hat jetzt auch keiner gesehen und dass ich das gesagt habe so vögelchen und oben ist ein schwirling item naja nochmal was kommt nachher noch so ein ding star mit einer feuerblumen und wenn man die einsammelt dann bist du tot der kommt so angesaußt ganz böse dann sieht man aber auch nicht wenn man auf ihn aufpasst ich hatte ihn damals beim ersten durchspielen glaube ich mich sogar noch gefragt wo dieses twirling item ist ich wurde davon nämlich vorgewahren ich hab's nicht mehr gefunden nein 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 mein midway point ist weg Fick dich spiel fick dich spiel fick Spiel r k ich hab zuerst jetzt versucht noch mal bis zu der Stelle zu kommen wo ich war hatte aber nach drei Versuchen kein Bombenpump mir gedacht komm, du hast es bis zum Midway-Punk geschafft, du hast den verdient gehabt, jetzt habe ich meine Startposition neu verändert und das Spiel hat komischerweise auch meine Sternen gelöscht, fragt mich schlicht warum muss ich auch noch mal sammeln so, ja, ich hab jetzt auch, weil es ja out of memory war, ich hätte den ersten Spielstand gelöscht, um etwas Speicherplatz zu sparen, vielleicht ist es was so, man sieht, ich bin groß, der Stern ist weg und ich hab 97 Leben ich bin jetzt ein bisschen deprimiert, aber positiv sehen, ja, kein Rückmeldung, das kommt ja immer, das seht ihr nur nicht so, ich hab mich direkt hierhin platziert, das war halt einfach unfair, müsst ihr zugeben es war unfair, es war ein Fell, der nicht meine Schuld war, ich hatte es nicht verdient so, also mach ich das jetzt nochmal schnell so Stern und rein da das war jetzt noch Glück, dass ich den Stern nicht getroffen hat und rein da zuerst bin ich wieder hier fragt mich echt nicht, wie das passieren konnte, vor allem mit diesem Fail mit diesem Run out of Memory das ist mir normal, weil es nur passiert, wenn ich den N64-Controller benutzt habe konnte ich auch nie benutzen, mit dem spielt man 6 Sekunden, dort kommt dieser Scheiß das ist kein Scherz so und ich dieses Ding los bin ich glücklich ah, ja, hat halt schon den Skyburn geschrieben, hab ich nehm grad noch auf für wenigstens dieses werden wir noch schaffen so, und du wirst mich später sonst nerven, oder so verpissst ich nicht haha, verpissst ich? nicht na, da hab ich überhaupt noch ein Loch hinkommen, über den Scheiß, ey naja, gut, zum Glück kann man in diesem Spiel ja ein bisschen Selbsthaut anlegen, wenn mal irgendwie Scheiße passiert das ist ein ganz tolles Feature vom Game dass man sterben kann ach ja ich hätte mich doch beschäftigt stellen sollen na gut, den Stern hab ich ja jetzt wieder wenn man das Ding nicht wieder abschmiert und wer das passiert nochmal na gut, die Staupposition ist ja jetzt dauerhaft verändert das ist jetzt im Spiel integriert integriert ich werde mir sowas von in die Hosen pissen, wenn er so bei mir weg ist und das wäre nicht mehr normal und würde mir Angst machen so, Randa jetzt kommt dieser Engel hier ich bin da drauf ja, für mich sind das komische Engelwesen fragt mich nicht, warum ich kann euch darauf keine Antwort geben die sehen für mich halt so aus yay so, schieß nochmal schieß nochmal danke so, das wäre geschafft du wirst mich jetzt nicht mehr nerven so, da werde ich mit das war ein Mini-Herzinfarkt wenn ihr da geht, ihr gut aufpasst hat wo meine Füße stand das sind diese Mini-Herzinfarkte von Super Mario Bros wenn du ein Millimeter vom Tod stehst ich habe irgendwie das Gefühl, man kann nicht mehr vom Vogel stehen aber oben, der da, der mit Feuerblume da der ist trolling nachher würde ich habe mich ganz vergessen und das ist ein Zwischenboss ja, Zwischenboss kein Hauptboss wer hat es gedacht hier kommt noch ein Hauptboss ja, jetzt habe ich gespoilert hier kommt noch ein Hauptboss so, ach ja, und sobald Böde tut es, werden die Dinger da irgendwie ganz böse auf mich der sagt, ich habe keinen Schlüssel kommt her und da ist ein Pilz für mich der ist jetzt oben ganz toll gespeichert warte, war hier nicht noch mit irgendwo eine Feuerblume versteckt ich kann mich da an sowas erinnern oder? ne ok so ich weiß nur nicht gerade, ob ich den Secret Exit machen soll oder den Normal Exit na gut, ein bisschen gecheatet habe ich im Spiel ja jetzt schon daher, wenn ich jetzt eine Normal Exit mache ich ja auch direkt beim Checkpoint anfange aber kommt Leute ich habe mittlerweile schon so viel für euch in diesem Spiel aufgenommen werde ich also im alten Channel schon alleine jetzt wieder zu play ich den ganzen Scheiße auch noch also ja, scheiße, spiel ist genial ich sag halt immer nur Scheiße na gut, ich mach mal den Secret Exit ich hab jetzt Bock, den Part zu beenden tut mir leid, Leute und durch den Scheiß, der vorhin passiert ist, habe ich keinen Bock mehr wirklich also, hier müsste man etwas nachdenken wie war das nochmal so hier war, glaube ich, der Krug den sollte man dann da platzieren genau dann landete man hier dann war, glaube ich, auf dieser Seite der Schlüssel ja dann landete man draußen Freiheit na gut, Leute vielleicht nehme ich später noch fast auf und fügt die Parts aneinander das sage ich euch schon später oder ich mach zwei einzelne Parts, damit ich irgendwo einen geplanten hab, dann kommt irgendwie so in der Woche, so zum Beispiel Dienstag das ist ein das ist ein ganz leicht so, wir haben jetzt die warpsen sozusagen freigeschalt das ist eine Verbindung zu den anderen Welten und das da oben ist Weltmeister 1, da weiß ich noch ne und die ist glaube ich auch sehr böse, weshalb ich glaube ich dass ich nicht drüber reden will also Leute, ich hoffe ihr habt mir wieder Spaß bei den Parts, da hier kommt nochmal was zur Zeit raus, weil ich auch verpennt habe und so lest meine Bullete erst und wisst ihr sowas, hehe also Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein bis zum nächsten Mal